oh ja verwähler mal gucken wer wie oft im packraum sein muss früher habe ich mal darum dazu gesagt bis ich dann mal mitbekommen habe das ding wirklich heißt und damit hallo und willkommen zurück bei rainbow 6 siege machte an der älmchen macht einen auf vigil und lockt das war ein versuch um zu gucken habe ich alleine das sind krieg zu spielen beim team bin ich ja ständig rausgeflogen aber nicht mal das gewissen schönen dank auch da kriegst ja kein essen bin nah dran ich schaff das irgendwann ich dachte du schaffst das nicht hast du immer gesagt jetzt habe ich also jetzt sage ich mir schafft es doch noch irgendwann ganz schön übermütig ja ich war heute nah dran mehr als sonst okay du bist eine richtige altkröte aber in dieser bisa sam das ist keine kröte ist ein bisa sam stimmt dieser sam ist auch voll knufflig also passt das ja gar nicht ich habe jetzt zu dritt zugleich verstärkt das klang fast so das ist ja raffin war das hocker oder herzschlagmann also der hat gerade die drohne gejagt der gegner hat eine bombe lokalisiert macht euch angriffsbereit oh ne jetzt ist schon offen oh nein jetzt schmeißt die ja hologram raus ist die bescheuert bitteschön ey alibi ist total bescheuert die schmeißt die hologram raus twitch haben sie doch jetzt ist das schon offen vorsicht treppe ist schon ein loch offen die ist voll behämmert ey da oben ist jemand die haben ne twitch und glas unten ist nomad markiert beim obst laden ja treppe ist offen hier schockladung und sprengladung wird angebracht au direkt vor mir verschwenden wir kommen vom fenster entgegen oh hier ist jemand hier der obst laden kommt jemand auf obst laden gegen oder so weiß nicht irgendjemand ist im obst laden wir hoch kameras nutzlos und jetzt hält sich auch jemand an der außenwand scheißdreck glaub das war jingen weil die hat mich vom fenster aus erwischt schockladen schockladen schießt moment aus nordosten ist jetzt geschossen hocke bei dir nordosten ich setze den sensor ein schockladen ja ok schockladen der griff schockladen 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 Spritze ich lieber nochmal. Ich decke hier die Tür ab. 40 Sekunden. Die kommt bestimmt jetzt unten. Du bist ja unten. Ne, meine außen unten. Achso. Wenn sie oben lang kommt, macht sie Lärm. Außer übers Dach. Der ist rechte Seite, hieß es. 20 Sekunden. Eigener Trupp Siegreich. Alle Gegner eliminiert. Kopf. Mit oder ohne Kopf? Na, die jetzt ohne Kopf. Der ist doch noch dran. Sieht doch so aus. Ganz schön makaber. Aber sagen wir Spritzen, man sieht gut nicht aus. Macht man das jetzt? Na, wenn jemand mit Kopf dran schlimmer aussieht als mit Kopf ab, dann weiß ich ja nicht. Tja, so ist die Rappen. Lass mich doch auch mal am makaberen Witz reißen. Ne, jetzt dürfen nur die, die einen Ace geschafft haben. Ach, toll. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Einen Schärfer auch. Oh. Das hat ja gerade eine Glocke gebimmelt. Turm sauber. Ich glaube, hier da sind sie. Im ersten Obergeschoss. Geld markiert ein paar. Ah, die haben Amaru nicht. Diesen anderen Goyo. Störsender Mann. Egal. Ah, Luke. Scheiße, jetzt fand ich auch noch nie. Hui. Störsender Mann. Termin, Vorsicht. Äh, war das in der Luke? Mh, mh. Eins auf den 50. Er hat alle eins zu tief heute. Mh. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Raus auf dem Sprengberg! All die Bieren. Okay. Dann noch ein Fragezeichen. Ist das denn hier? War geil. Na, da ist das schönste. Da, oah. Ist ein Fenster? Hier, die Pappa ist offen? Ja. Weil da wollte ich auch mal mit aufmachen. Nachdem ich einen Gegner gesehen habe. Ein paar Gegner gesehen habe, die da aufgemacht haben. Ein paar Gegner? Ein Gegner. Auf jeden Fall ist da direkt einer drin. Seraphina, du könntest hier... Weiß nicht. Störsender wegmachen. Wenn du die aufs Dach legst, reicht das schon. Aufs Dach, direkt unter dir. Ich habe eine EMP-Ganate geworfen. Der ist einer kaputt. Wie viele? Ein. Okay. Er hat doch noch drei. Ein riesiges Verdammt-Boyo-Habend. Der ist dann nochmal zwei kaputt. Achter, alles geht los. Schon wieder am Prisma gefunden, Anna. Ich glaube, Tag. Puh. Puh. Im Raum vor uns ist niemand. Da sogar ein Schild. Da kann man, glaube ich, entschärfen. Moment, ich probiere es mal. Nein. Nein, ich entschärfe hier vor dem mobilen Schild. Oh, ich kriege. Feuer. Ich dachte, das wäre eine Kontaktgranate. Was macht der denn da unten nicht genau? Wir sind dahin gegangen, wo die Bombe ist. Nee, aber er hat einen zu tief. Nee, genau auf der richtigen Höhe. Er hat nämlich entschärft. Termin war eigentlich zu tief. Ja. Ja, aber wir sind ja nicht Termin gewesen. Aber der zählt mit so weit. Nee. Ja, wenn der nicht mit so weit ist, ist er nicht unser Problem. Schon wieder Tante. Hört sich zwei jetzt total nach Kollegen-Schwein an und ist mir egal. Naja, ist... Immer. Oh, der da rumgurkt. Und diese Kollegen-Schwein-Geh. Und diese Kollegen-Schwein-Geh. Oh, der hat fast die Maschine hoch. Die Wand ist verstärkt. Ich? Auf die Luke. Ich muss das selbst machen. Die Wand, meinst du? Dahin, vor dem Fenster. Wenn die hier noch tiefer kommen, ja, ne? Äh, die Wand... Hast du noch was, Hockey? Hast du jetzt alle verbraucht? Ich hab fünf. Hm, die Wand hätte ich besser gefunden. Naja, der Westmann macht das. Ich hab unten die Wand. Fünf Sekunden noch. Oh mein Gott. Bombe vom Gegner entdeckt. Ich spüre meinen Traukat. Ich spüre meinen Traukat. Sag mal. Was markiert, aber nicht identifiziert. Finke haben sie. Was ist das? Das ist Maverick. Oh, kacke. Deine Außenkamera ist kaputt. Oh, was? Woher bitte? Woher, verdammt? Gibt's doch nicht. Wand hinter dir? Fenster hinter mir. Okay, Großfenster. Nein, kleine. Okay. Ich rürg's mal unten. Emma, Obstdaten kommt jemand raus. Ein. Das kann's nicht sein, ey. Ne, hier springen wir mit der Sprengladung an. Der Miet macht auf, gelber Ping. Vorsicht. Fuse. Okay. Ah, hier fliegt was. Scheißdreck. Mein Trump ist einlassbereit. Kameras ist scheiß. Was macht denn Ali wieder da? Jetzt wirft ihr ihr Dings raus. Ach, du Kacke. Ich bleib unten. Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Entschärfer lokalisiert. Die Bomben schütteln sich den Entschärfer deaktiviert. Au, au, au. Lass das doch. Scheiße. Der Miet hat die Mine noch gezündet. Guck doch nach oben. Oh, der geht nach oben weg und der guckt hinterhin. Schock-Done. Schock-Done. Jaum. Sieht aus wie stark die Kamera hinter der Schock-Done ist. Ey, ich weiß nicht, was er da macht. Der Miet hätte er locker kriegen können, wenn er mal nach oben guckt hätte. Na toll. War das der... Westmann? Ja. Was hast du denn rausgeekelt? Das hat er schon selber gemacht. Wahrscheinlich wollte der schon in der Runde gerade eben abhauen, bloß die Twitch-Done hat ihn nicht gelassen. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Mieter nicht packen, oder? Komm. Nein, nicht Parkraum. Oh. Oh, ich steuere seine Mannschaft mitzumachen. Schlepp die doch nicht immer zu mir. Fahr mit doch nicht hinterher. Bin ich ja nicht. Einsatz in 10 Sekunden. Ja, jetzt steht den Stößer in der Mist. 5 Sekunden. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Die Bombe wurde lokalisiert. Klingt, das wäre eben dein Packraum-Orens oben. Ich... Ach! Gibt's doch nicht! Von wo denn jetzt schon wieder? Der Maestro. Das kann doch wieder nicht sein. Der weiß, wo ich bin. Genau. Er hängt mich doch am Arsch. Mg, Vorsicht. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Der Entschärfer ist jetzt gesichert. Der Entschärfer muss lokal werden. Der Entschärfer muss lokal werden. Der Negen geballert. Der eigene Trupp verbleibt. Ist die jetzt... ...huntergefallen? Wie's geschrien hat. hat er sich noch ein geschoss vom entschärfung eingeleitet entschärfer beschützen guck dich hin Neutralisiert eigener Druck erfolgreich jetzt dürfen wir bestimmt in den packraum ne ich wieder tante die bomben schützen ich bleib oberend oben bei der a bombe das war ja nicht dein ernst alle die am hammer man die gegner haben eine bombe lokalisiert ihr wisst was zu tun ist bei mir ist schon alles offen seid sich jemand bei mir gelber ping ja ich höre es der schaubig Trägeraufgabe, wenn ihr unten... Nein! Ich komme an. Nein! Ach, der wäre wichtig gewesen. Hat noch fünf Lebenspunkte, der kommt rein, tot, ein anderer hat gerade entschärft. Schade. Trifft dich doch noch nicht mal, ey. Ich hatte nur noch fünf Lebenspunkte irgendwie mal getroffen. Ja, die Kamera ist doch für ein Popo. Ist doch Quatsch. Diesen vorletzten Gegner erwischen und dann ist der gerade noch beim Entschärfen muss aus der Animation raus und wird umgebracht. Das wäre es gewesen, aber hat nicht ganz sollen sein, dafür hatte ich zu wenig Lebenspunkte. Aber so ist das nun mal und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. 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 Tschüss.